15 Uhr 52 ein Block auf die Favoriten des Tages Alle jede Sprinter, die sich also über die Berge gemüt haben, können demnach heute noch einmal von einem Etappensieg, von dem Etappensieg überhaupt, träumen. Allen voran natürlich Peter Sagan, der allerdings nach seinem schweren Sturz vor ein paar Tagen nur noch ankommen will. Punkt. Da Dylan Grünewegen, Marcel Kittel oder auch Fernando Gavirias nicht durch Pyrenäen und Alpen geschafft haben, dürfte heute auch der deutsche John Degenkolb vom Team Sunweb zu den heißen Kandidaten gehören.